Ich war in einer Einrichtung in Wolfenbüttel. Dort kannten mich die Bewohner, weil ich eigentlich immer so zwei-, dreimal im Jahr zu Besuch war mit meinen Musiknachmittagen. Aber an diesem Tag waren die ziemlich sensibel. Ich hatte mein Programm beendet. Alle waren in bester Laune und Stimmung. Da kullerten bei manchen Bewohnern die Tränen. Ich nahm eine Bewohnerin in den Arm und sie sagte, Das ist nur, weil ich nicht weiß, ob wir uns wiedersehen. Sie erzählte mir, sie sei ja schon so alt und hätte auch viele Krankheiten. Und das wäre immer so schön und sie hätte Angst, beim nächsten Mal nicht mehr dabei zu sein. Das sind Geschichten, die mein Herz immer wieder berühren. Im schönsten Wiesengrunde ist meine Heimat aus. Da zog ich manche Stunden ins Tal hinaus. Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal. Da zog ich manche Stunden ins Tal hinaus. Moos aus dem Tal jetzt scheiden, wo alles Lust und Glang. Das ist mein Herz immer wieder berühren. Das ist mein Herz des Leiden, mein letzter Gang. Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal. Das ist mein Herbstes Leiden, mein letzter Gang. Musik Sterb ich im Talesgrunde, will ich begraben sein. Seh mir zur letzten Stunde beim Abendschein. Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal. Seh mir zur letzten Stunde beim Abendschein. 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 Vielen Dank.